Das ist deine Chance, dein Gesicht zu wahren. Diese Wissenschaftler, die du aus der Stadt eskortiert hast, haben uns gesagt, wo Mysterios Versteck liegt. Dein Radar zeigt dir den Weg. Was passiert hier? 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 Ja, ja! 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 Gah! 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 Hm? Ah! 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 Oh, somebody! Ah! Wohin findest du mich? Ah! 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 So kann man's natürlich auch machen! Ah! 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 Was machst du denn da? So kann man's natürlich auch machen. Das kann überraschend sein. Was hat das zu bedeuten? Sehr betäuschend. Ja! Gah! Oh, Gah! Gah! Ohh Gah! 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 Ha! Escher! Ich bin viel schneller, als ich aussehe. Und ich sehe ziemlich schnell aus. Ich bin viel schneller, als ich aussehe. Ich bin viel schneller, als ich aussehe. Ich bin viel schneller, als ich aussehe. Ich bin viel schneller, als ich aussehe.